Gut, munter Macherl kann es losgehen. Ich bin sehr zu weit. Also schön unter die Nase halten, den Crane. Und dann versuchen wir uns eine Minute lang zu unterhalten mit der Carmen, worüber auch hingehen. Achtung, es geht los. Und tief einatmen. Carmen, wir waren auch als Aufstehen heute. Wir atmen jetzt einmal durch die Nasen ein. Hat es geschneit in den Fürstenfeld heute Morgen? Okay. Ah, meine Meinung schon mal fast nicht zu. Ah, das brennt. Ah, Carmen, wieso machst du das? Nein, nein, nein. Du musst halt arbeiten gegen Carmen eigentlich. Was machst du beruflich? Rezeptionistin. Bist du dir voll weg? Das sind noch 17 Sekunden. Ist ich nix mehr. Kannst du mal was sagen, Herr Roland? Du jammerst die ganze Zeit. Ist ich nix mehr. Ist das alles verschwommen. Das tut... Carmen, das ist das allerletzte, was jemals jemand mit mir gemacht hat. Die Minute ist vorbei. So, Carmen, jetzt darfst du offiziell entscheiden. Haben wir diese Minute überstanden mit Crenn oder den Ausnahmenheit? Bist du das Bein? Das heißt, wir haben gewonnen? Ja. 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 Ja.